Hallo und herzlich Willkommen zu Lords of the Fallen oder wie man mir den letzten Nerv rauben möchte. Ja, sehr. Er schafft es. Diese miesen kleinen Missviecher. Ohne Witz. Ich weiß gar nicht, warum gehe ich wieder hier lang? Meine Essenz ist weg. Meine Essenz ist weg. Achso, ich hätte einfach... Lebst noch? Das ist die Pest mit dem... mit dem Markieren, ne? Ich habe das gesehen. Du wolltest schon wieder. Oh, der kann auch schnell... Äh, stell die Leiter hoch. Ja, das hätte ich in der letzten Folge mal gewusst. Oh, Penis! Nichts, ey! Ops Mies Und tot Wisst ihr was? Die licht gut Naja, aber da... Die licht gut Die licht gut Er markiert's nicht Hau ich dich platt, gib mir deine Augen her Gutes Wisst ihr was mein Problem gerade ist? Da ist doch noch hier... Sonnen... Also hier, da oben Aber das sieht sowieso nicht aus, als wenn ich da irgendwie dran käme, ne? Ja, da ist der Klotzkopf, aber... Wir haben alles eingesammelt, was es da gibt Hoffe ich Ich nehme an, das war so ne... Ja, dann gehen wir hier runter, ne? Passt schon Das Das ist ja dein Begehr Er wartet da einfach hinter der Tür Gib ihn dir Gib ihn dir Die lebe Die lebe Die lebe Die lebe Die lebe Ich sterbe, weil die Dödel mich wieder vergiftet haben. Naja, hier ist nix. Gut. Dann weiter im Text. 10 Müller wieder weg, weiß er. Tschüss. Meint ihr, der Stunt lohnt sich? Ich weiß nicht, ob der Stunt sich lohnt. Ich weiß nicht, ob der Stunt ist. 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 Ich setze hier ein. Ich weiß nicht, ob der Stunt ist. Ich weiß nicht, ob der Stunt ist. Anhänger der Verkrümmung. Ich weiß nicht, ob der Stunt ist. 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 Ich weiß nicht, ob der Stunt freischalten. Aber der Stunt ist wieder komplett verschachtelt. Ich weiß nicht, ob der Stunt ist. Wertlose Münzen. Wertlose Münzen. Wertlose Münzen. Kein Plan. Kein Plan. Kein Plan, was das ist. Wertlose Münzen. Geklaute Münzen brauche ich. Weiß ich immer noch nicht, wo man die herbekommt. Echt gruselig. Welche S ensen arsch. Ja, brauche ich nicht so einen Arsch. Mach mal Romantik leid. Aha. Jesus! Jesus! Toll! Alles klar. Jo, jo, dat. Jo, jo, dat. Aber den Glockentyp habe ich schon mal gesehen. Gut. 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 Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Alter, was ein harten Dude, ne? Wer hat denn hier mit Pfeile geschossen? Spielt keine Rolle. Alter, du bist ja so ein... Jesus Maria! Jesus Maria, du! Ei, 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 ei! Ey, der haut mir... Der macht so einen Impuls und dann bist du schon fast platt. Krass. Okay. Hau ab! Ich muss die verfluchten Bogenschützen, die muss ich da wegkriegen. Hat es dich schon zerrissen? Sehr schön. Ich höre. Okay. Verkiss er. Oh, ja, ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich kann wieder... Wir leben wenigstens noch. Alter, ist aber manchmal... Ist wirklich, ne, die Pest. Ich würde gerne... ...die... ...gottverdammten... ...Bogenschützen wegmachen, ne? Ich kann auch nicht... ...gottverdammt. Sehr schön. Sehr schön. So, Kalle. Wir beide. Drecksack, weißt du, wieder von hinten in den Rücken schießen. Das kann er. Glocke des heiligen Widerhalls. Ja, den anderen Widerhall, den hatten wir schon weggemacht. Gib her, ich will die Flocken haben. Was ist das hier? Justizika. Uh. Was mag das sein? Okay. Ja, verschiedene Wege wieder. Verschiedene Wege. Nix hier. Gut. Ist auch nix. So, war das du hier, mein Freund? Verbesserter kurzer Speer. Mhm. Auch schön. Wisst ihr was? Ich pflanze hier einen. Wenn ich denn kann. Warum kann ich nicht? Ich pflanze hier. Das war lokal, Herr Engel. Da. Ich hasse! Ich hasse! Zäh, zäh, zäh! Alter, du Bastard, wirklich! Du mieser Scheißbogen-Haiopai! Er wartet! Komm her! Das ist eine fette Truhe. Mit dem Finger des Todes! Ja, die gibt's hier wirklich zu genüge, die Finger des Todes. Alter, es geht immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Und ich hab keinen Plan, ob ich hier richtig bin oder... Nein, weil auf der anderen Seite war ja auch noch was. Habe ich doch gerade gesehen. Mal her. Ach so, hier hätte ich die ganze Schose infiltrieren können. Alles klar. Ja! 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 dicken bocken im dritten dicken brocken gehabt hat wer bist du wir sind bei 1 20 komm junge muss hier weg gleich kommt wieder der der doofe und dann guckst du doof also wäsche gut ich denke da oben war nichts mehr so inventar wir haben ein schwert gesammelt das nennt sich justizika und das sah in der vorschau ganz cool aus da ist es ein großschwert ein uraltes schwert dem der zahn der zeit zugesetzt hat es trägt ein accessoire aus nägeln eines heiligen wächters am griff frustriert nichts über den angriff der roger und das schlüsselsteinkloster gewusst zu haben bis er bereits bis es bereits vorüber war machte sich die klerikerin auf die suche nach gegenständen die von einem ereignis zeugen um dadurch mehr darüber zu erfahren 212 ist eigentlich gar nicht weiß ich nicht da ist die blutehre und das ist justizika ja okay das ist jetzt müßig da zu vergleichen mit stärke und mit strahlen skaliert hat tja ich bleib bei meinem schätzigen ich bleib ich bleib ich bleib Das ist ein Blitz im Arsch. So nicht, ne? Kommt ja einer hochgeschimmelt. Oh, da ist einer. Oh. Gebt hier ganz umsonst. Gebt hier schön. Könnt euch... Könnt euch alle eine abholen. Okay. Weißt du was? Wenn du so ein fiesen Möpp bist mit Parasiten... ...bind ich so ein... ...dann bin ich so ein fiesen Möpp mit... ...gegen wir weg. Geh mir weg. Made. Alter, da ist ja noch einer. Und der hat immer noch einen Parasiten am Arsch. Haben wir's, ne? Oh, da unten ist ein... ...ist ein Überrest. Das ist angenehm. Das ist extremst angenehm. Das war ja nicht. Achso, der führt nach oben. ... ... Das war's. Fahr nach unten, Wichser. Ja, hier waren wir aber schon, ne? Komm. Der Mechanismus scheint zu klemmen. Komm, fahr mich nach unten. Ich will ein bisschen... Überrest. Ich dachte schon, der kommt nicht mehr hoch. Da hoch weiß ich nicht, ob das sinnig ist. Da kommen wir ja her. Dieses Spiel, ne? Ich sag's euch. Dieses Spiel. Ich bin 100 Jahre älter nach dem Let's Play. Ich schwör euch das. Ja, es ist cool. Gar keine Frage, ne? Aber... Aber... Überreste des verlorenen Bres... Brescu. Keine Ahnung, wer... Wer der... Wer der... Wer der Dude ist. Naja. So. War das du hier? Ein Erheberdolch. Yo. 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 Das sieht doch nach Bosskampf aus. Kannst du nur erzählen, was du willst. Das ist Bosskampf. Tja. Kann ich die... Kann ich die IP schon wieder in eine Pfeife rauchen, ne? Die ist weg. Glaub ich. Naja, nicht schlimm. Ja, dann gehen wir mal da rein. Dann gucken wir uns den Boss mal an. Was der so... Für Extreme hat. Der Boss. Wird ja auch Zeit, ne? Wir haben schon lange keinen Boss mehr gehabt. So. Lulululu. Hau rein. Hau rein. Oh, sieht aber schön aus, ne? Also. Wenn man sowas als schön... Another unfortunate made a slave to anseusing hunger. I pity you. But as bleak as this refuge may be, it is our refuge nonetheless. Mhm. Und du bist nicht willkommen hier. Ja, ja, ja. Er hat ein Po. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nee. Jungen. Dann muss ich Gewalt anwenden, Kamerad. Ich hab mir gedacht, das war zu einfach. Ich hab mir gedacht, ich hab mir gedacht, ich hab mir gedacht. Ey, 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 warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, Junge! Bleib, bleib mal, bleib mal, bleib mal! Jo, warte nue mal! Gott. Dann noch eine. Sie hat mich genagelt. Sie hat mich genagelt. Jut! Wäre ja auch zu schön gewesen, einen Boss in derselben Folge zu killen, in dem man ihn trifft. Naja, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was. Bye, bye.